Wegen der Spannungen um die Ukraine werden US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Vladimir Putin heute Abend um 21.30 Uhr deutscher Zeit miteinander telefonieren. Ein US-Regierungsvertreter betonte, dass Biden Putin dabei einen diplomatischen Weg nach vorne anbieten werde. Am 10. Januar wollen sich dann Vertreter der Vereinigten Staaten und Russlands in Genf zu Beratungen treffen. Zwei Tage später sind wegen der Krise Gespräche zwischen Russland und der NATO geplant. Untertitelung des ZDF, 2020